Erster Versuch hat geklappt und es ist Gatlin, der gut aus dem Quirky gekommen ist, auf Rogers. Rogers gegen Gatlin und Gatlin, der Allmeister, setzt sich durch in 9,98. Und das beim Windstille. Justin Gatlin gewinnt das Rennen vor Michael Rogers. Auf den letzten Metern hat sich der 37-jährige US-Amerikaner durchsetzen können, nachdem es lange so ausgeschaut hat. Also Michael Rogers vielleicht seinen großen Ruf an könnte und Gatlin hier schlafen könnte. Aber Gatlin zum Schluss, der Sieger, er lässt sich hier beim Publikum feiern. 9,97. Die Zeit wurde noch eine Hundertstelsekunde korrigiert. Und somit ist es auch wahr, dass Asafa Pauels die Zeit von 9,87 aus den Jahren 2015 weiterhin bestand haben wird. Als Stadionrekord und hier Gatlin zusammen mit Bea Magian. Die Zeitung ist jetzt bekannt. Und Justin Gatlin gewinnt mit 9,97. Michael Rogers, 10,00. Hassan Tappian, 10,17. Cameron Borell, 10,17. Demek Camp, 10,21. 12,21.